Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbild nach langer Zeit, denn ich hatte spontan sehr große Lust, ein Grundstück in meinem privaten Save-File zu renovieren, weil ich in letzter Zeit wieder öfter Bild-Challenges gesehen habe und sowas. Und ich schaue mir das halt gerne an und ich dachte mir so, ja, ich habe noch nicht alle Sachen, also sowas Neues platziert oder so. Und ich dachte so, hm, also dieses Café hat mich schon länger ein bisschen gestört. Also es ist gar nicht mal das Schlechteste in Wittenberg oder so, also generell im Spiel an Grundstücken. Wir haben sehr, sehr krasse Beispiele dafür, wie schlimm Grundstücke sein können. Ähm, aber das hier ist trotzdem ein ganz schönes Mess, wenn ich ehrlich bin, denn ihr seht mich ja halt da auch am Dach ganz viel rummachen und keine Ahnung. Und dass das wieder vernünftig zu einem gemeinsamen Raum wird und sowas. Ähm, ja, also ich habe auch sehr große Probleme gehabt, das zu fixen, weil ich bin jetzt ja nicht der Bild-Profi. Aber ich hatte halt Lust, das selber zu renovieren und nicht einfach eine Renovierung runterzuladen. Und, ähm, ja, ich habe auch, ähm, noch Dateien, wo ich, also z.B. die habe ich schon gelöscht, aber ich habe schon einen Versuch dafür angefangen gehabt, wo ich, äh, eigentlich auch so ein, äh, Glasdach haben wollte. So ein, so ein, so ein, so ein Skylight. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Das Spiel ist die ganze Zeit so richtig so, nein, das machen wir nicht. Und dann wusste ich auch nicht, wie man das genau macht, wenn ich ehrlich bin. Und ich war so, hm, komisch. Aber, ja, ne, deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, ich mache das einfach nochmal ganz neu. Und, äh, versuche, dass das hier, äh, besser wird. Weil das, äh, ja, war nicht so gut. Und ich dachte so, wenn ich einfach ein Flachdach mache und wir dann quasi einfach diese von Inselnleben drauf machen, dass das dann vielleicht einfach besser ist. Und, äh, ja, für mich persönlich war es besser, weil es hat auf jeden Fall funktioniert. Und es sieht auch ganz gut aus, finde ich. Von außen geht's. Also von außen, finde ich, ist es nicht mal unbedingt besser geworden. Aber ich finde, von innen sieht es schon viel, viel schöner und einladender aus. Also wenn ich in einen Café gehe, würde ich lieber in mein jetziges Café gehen. Auch wenn ich von außen natürlich mir denken würde, hm. Weil beim Alten ging halt einfach mehr ab. Ist halt einfach so. Aber, ja, ne, ich, äh, habe mir auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Und, äh, ja, vielleicht mache ich das jetzt öfter. Vielleicht, ich gucke mal, ähm, ob es noch irgendwelche Grundstücke gibt, die ich unbedingt verändern muss. Oder wenn meine Sims ausziehen, vielleicht renoviere ich da ja mal ein paar Häuser oder so. Mal gucken, mal gucken. Ich, äh, weiß ja nicht genau, was da jetzt, wie ich das genau machen möchte und so. Aber, ja. Äh, weil ich möchte jetzt, glaube ich, wenn ihr meinen Stammbaum-Video gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass ich auch nicht sicher war, mit wem ich weiterspielen möchte. Und ich bin mittlerweile ziemlich sicher, dass ich mit dem kleinesen Mitglied der Familie weiterspielen möchte. Und eventuell jetzt endlich mal die Stranger Will-Story spiele mit ihr. Weil ich finde, sie passt irgendwie dazu. Und, äh, ich habe das noch nie gespielt, ähm, selber. Und ich habe da schon irgendwie Lust drauf. Deswegen dachte ich so, hm, let's do this. Und, äh, ja. Ich bin übrigens immer noch ein bisschen krank. Also, wenn ich zwischendurch ein bisschen ausfüße mit der Nase hochziehe oder so. Oder ich mich ganz komisch anhöre, dann, ähm, ihr wisst schon, warum das so ist. Aber, äh, ja. Es sollte nicht allzu sehr stören, denke ich mal. Auf jeden Fall. In Stranger Will habe ich auf jeden Fall schon was Neues platziert gehabt. Ich glaube sogar eine Renovierung von Les Simsie. Weil ich liebe ihre Builds. Also, die sind zwar jetzt nicht immer so krass atemberaubend oder so. Aber sie sehen halt danach aus, als könnten sie theoretisch von Sims selber sein. Also, weil sie jetzt nicht so besonders extrem sind so. Aber, ähm, einfach nochmal ein bisschen besser, ne. Also, belebter vor allem. Und, äh, gemütlicher. Ja, und nicht nur, oh, da steht eine Couch in diesem Raum. Und das ist der Raum. Ende. Und man denkt sich so, ah, okay. Das ist, äh, mein Lieblingsraum. Aber, also, ihr versteht schon was. Ich meine, oder? Also, es gibt schon Builds, die sind einfach nicht so gut in diesem Spiel. Und deswegen, ähm, ja. Muss man halt schon mal das auch kritisieren, ne. Ich meine, es ist ja teilweise schon ab und zu besser geworden. Und es gibt ja auch gute Builds. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, huh. Weil, zum Beispiel an die Uni haben wir ja auch irgendwann mal so für das Fitnessstudio oder so gegangen. Und das sah echt gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen dachte ich so, ja. Also, es gibt Sachen, die sehen echt ganz okay aus und ganz gut auch. Aber es gibt halt leider viel zu viel, was halt echt schlecht aussieht. Und, ähm, wo man sich halt auch nur denkt, okay, warum ist das halt so im offiziellen Spiel drinnen? Vor allem zu einer Zeit, wo es noch nicht die Galerie für die Konsolenspieler gab. Das fand ich nämlich sehr, sehr unfair, wenn ich ehrlich bin. Weil, ja, nicht jeder die Chance hatte, halt sich dann einfach eine Renovierung unterzuladen. Oder halt einfach bessere Grundstücke generell. Aber, diese Zeit ist vorbei. Jetzt kann das einfach jeder machen. Zum Glück. Aber das rechtfertigt natürlich trotzdem nicht, dass, äh, dass die Sachen halt einfach teilweise echt nicht so gut aussehen. Deswegen, ja. Aber ich finde es ja gut, dass wir schon in, ähm, nachhaltig leben, heißt es. Genau, dass da ja schon ein Zimmer, ein Grundstück bauen durfte. Und das ist ja mit Abstand das Beste, was wir im Spiel haben, so. Und das muss man halt schon mal sagen, ne. Also, äh, es fällt auf. Aber ich finde es auch wirklich, wirklich cool. Und man hat sich schon gedacht, wieso ist das so gut? Das kann ja nicht sein. Und dann so, ja, halt ein Zimmer hat das gemacht, ne. Wegen, ähm, von den Sparked. Wir haben, das waren nicht die Gewinner, aber die wurden auf jeden Fall dafür ausgewählt, dass sie das machen durften. Und, äh, das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, und letzte Woche wurde jetzt ja auch angekündigt, was das neue Gameplay-Pack ist, ne. Und, ähm, das ist ja Star Wars. Und Leute, ich halte davon gar nichts. Also, es hat mich noch nie was weniger interessiert als das. Und, ähm, ja. Ja, das Ding ist, also, grundsätzlich ist es ja okay, wenn da mal ein Pack ist, was einen nicht interessiert und so. Nur das Problem ist halt, dieses Spiel, das braucht noch so viel, was, ähm, also halt einfach wichtig ist. Also, was ich mir zum Beispiel wünsche, sind noch Hobbys. Hobbys, also noch mehr Hobbys einfach, auch für Kinder vielleicht. Dann warten wir natürlich jetzt noch auf die, äh, Hauttöne und die Haarfarben oder sowas sollte ja noch dazu kommen. Was ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung ist und das soll ja dieses Jahr noch kommen und so. Aber uns fehlen halt auch einfach so generell noch so Familien-Gameplay. Also, weil Elternfreunden sollte ja auch nicht, ähm, Lebensfreude ersetzen. Aber, ja, also ich, äh, kann auch ohne nicht mehr spielen. Also ohne Elternfreunden. Aber, trotzdem, also, ich hätte schon gerne so einen Lebensfreude-Anteil zumindest dabei und so ein paar Veranstaltungen, wie zum Beispiel, äh, eine Abschlussfeier oder so. Also, das wäre schon ziemlich cool. Also, weil es gibt halt dem Spiel nochmal mehr Persönlichkeit. Vor allem in jedem einzelnen Sim jeweils, wenn man dann halt, äh, Story-Gameplay macht, so wie ich. Also, ich spiele ja nur, also, Story-Telling. Das Einzige, was ich jetzt ja als Challenge am Laufen habe, ist, äh, die 100-Baby-Challenge. Und, ähm, ja, also da ist es mir relativ egal. Also, da interessieren mich meine Kinder ja in dem Sinne auch nicht so krass. Weil, ja, es ist halt, ähm, es ist halt eine Challenge, die ich hier für YouTube mache. Und, ja, also, da ist jetzt halt keine tiefere Bindung, weil ich möchte halt diese Challenge einfach nur vollenden und schaffen. Und Melody zum Beispiel habe ich ja dann eine große Bindung, weil sie halt diese Sims mit dem die ganze Zeit spiele und die anderen nie kommen und gehen halt die ganze Zeit. Und wenn ich ja privat spiele, habe ich zu jedem eine Bindung. Auch wenn es nur der Nachbar ist, der regelmäßig vorbeikommt oder so. Auch wenn die Sims noch nicht mehr befreundet sind miteinander. Aber, keine Ahnung, irgendwie habe ich dann doch eine Bindung zu denen. Und deswegen denke ich mir so, hm, ne? Also, ja. Ich, äh, bin mal gespannt, was da halt noch kommt für die Sims 4. Ich bin auch gespannt, wie lange Sims 4 noch sein soll. Ich würde jetzt mal spontan behaupten, bis 2022 kriegen wir bestimmt noch Sachen. Ähm, weil es wird ja irgendwie mal gesagt, ein paar Jahre noch. Und ich denke, dass das dann ungefähr so die Lebenszeit dann sein wird. Ähm, ich meine, dann wären wir auch schon acht Jahre in dem Spiel drin und das reicht dann halt auch wirklich, würde ich behaupten. Also, ich mag Sims 4 super gerne und ich habe auch viel Geld da reingesteckt und, ähm, ich würde es auch gerne noch weiterspielen dann und so. Aber ich glaube, in, also wenn wir 2022 dann so langsam mal einen Wechsel haben, ich glaube, dann reicht es auch erstmal. Und ich möchte nicht sagen, dass Sims 4 ein schlechtes Spiel ist, weil das ist das absolut nicht. Ich finde, es, äh, konkurriert eigentlich ziemlich gut mit Sims 3. Sims 2 ist mein Lieblingsteil. Da kam bisher einfach noch nichts anderes dran. Aber ich finde, Sims 3 und Sims 4 ist auf selber Höhe, weil sie haben beides Stärken und Schwächen auf jeden Fall. Weil zum Beispiel in Sims 3 finde ich den Creative Sim oder den Baum oder das echt schrecklich. Und diese Open World hat da auch leider sehr viel kaputt gemacht mit Lags und sowas. Und, ähm, da waren auch sehr, sehr viele Bugs. In Sims 4 persönlich erlebe ich gar nicht so viele Bugs. Deswegen ist es für mich einfach, ähm, angenehmer in Sims 4 zu spielen. In Sims 4 habe ich 30 Gigabyte Mods installiert und es läuft halt trotzdem super, wenn ich, also, ne? Und, ähm, auch sonst, äh, also in Sims 3 mag ich halt, also ist halt viel mehr Gameplay da und so. Das ist klar. Aber in Sims 4, Entschuldigung, ähm, ist es halt so, dass ich den Creative Sim richtig gerne mag. Also ich verbringe super viel Zeit im Creative Sim, auch privat. Wenn ich nicht weiß, was ich machen will in Sims, dann erstelle ich einfach Sims so. Und das ist so toll und den Baumodus finde ich auch richtig gut. Also, weil sonst hätte ich, ich hätte, ich wäre nie im Leben darauf gekommen, in Sims 3 oder Sims 2 irgendwelche Grundstücke zu renovieren. Also, in Sims 4 denke ich mir so, jo, das macht auch Spaß. Und, ähm, keine Ahnung. Und auch selber Häuser bauen. Also, früher habe ich halt einfach, ja, keine Ahnung, mir ein vorgefertigtes Haus und habe das dann vielleicht ein bisschen neu eingerichtet. Äh, aber das war es halt auch irgendwie, weil, keine Ahnung, also ich war nie besonders gut. Und in Sims 4 kann jeder gut sein, in Häuser bauen, finde ich, weil du halt einfach nicht viel falsch machen kannst, ne? Also ist jetzt so meine Meinung. Ich weiß nicht, äh, wie ihr das seht. Ihr könnt das natürlich auch ganz anders sehen, aber, ja. Und so ein paar Gameplay-Objekte, wie zum Beispiel Vampire, sind halt super gut gemacht in Sims 4. Also, besser geht es nicht. Und ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, dass jedes Okkult, beziehungsweise jetzt einige Okkults, dann ja eigene Gameplay-Packs bekommen. Und dort dann verschiedene, ähm, 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 also halt dann eigene, wie sie Level aufbauen und so. Also, das finde ich super, 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 super cool. Ähm, weil ich finde, die Magier sind gut gemacht worden und die Vampire halt. Also, klar, Meerjungfrauen zum Beispiel sind halt so ein bisschen so, hm. Aber die haben halt leider auch kein eigenes Gameplay-Pack bekommen, sondern sind halt einfach in einer großen Erweiterung dazugekommen. Und dasselbe Problem haben Aliens leider auch. Aber die Okkult-Sachen, die halt ein eigenes Gameplay-Pack bekommen, die Sachen sind richtig gut ausgearbeitet. Und ich hoffe, dass wir noch Feen so bekommen. Und, äh, Variable, da hätte ich richtig Bock drauf. Weil, ähm, das ist zwar jetzt nicht direkt halt so realistisches Gameplay, worauf ich ja eigentlich viel Wert lege. Aber, ich finde, dass, äh, dass das halt für mein Gameplay irgendwie dazugehört. Weil, ich weiß nicht, aber mein Simself ist halt selber auch ein Vampir, erstens. Und zweitens, ja, äh, was soll ich sagen? Ähm, 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 genau. Oh mein Gott, mein Hirn ist gerade komplett kaputt. Ich bekrag, es tut mir leid, ja. Ich komme nicht mehr darauf, was ich sagen wollte. Nee, ähm, ich mag auch, wenn Sachen schieflaufen. Und wenn dann halt mal irgendwie, keine Ahnung, in dem Fall jetzt, was ich mir wünsche, Werwürfe. Wenn ein Werwer vorbeikommt oder ein Zombie oder was auch immer. Und irgendwas bei dir, ja, kaputt macht, finde ich das cool. Geister zum Beispiel finde ich nur nervig. Deswegen, ähm, packe ich meine Grabsteine in der Legacy Challenge zum Beispiel immer in mein, äh, in mein Inventar. Weil es mich einfach nur nervt und dann irgendwie immer so, nee, lass das einfach. Und dann, ja. Aber so okkulte Sachen finde ich halt einfach cool sonst. Also, ja, ich werde meine Legacy Challenge bestimmt auch mal mit einem Vampir oder mit einem Magier spielen. Mit Vampiren habe ich ja schon genug gespielt eigentlich. Aber ich habe mit, äh, Magier ja noch gar nicht gespielt selber. Und das würde ich gerne auch erkunden. Aber erstmal ist jetzt das Stranger Will dran. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann für mich persönlich führt. Und wie ich das dann einbinden kann in meinen persönlichen Storys. Und, äh, ja, wie gesagt, ähm, es ist viel, was ich hier gerade gesprochen habe, ne. Also, ich habe über das neue Pack geredet, wo ich mir denke, so, uuuh. Aber, ja, also ich weiß mir wahrscheinlich irgendwann kaufen, aber eher so im Sale oder so. Weil es interessiert mich einfach nicht. Und, ähm, es ist jetzt auch noch nichts gezeigt worden, wo ich mir denke, so, wow, dafür lohnt es sich dir das zu kaufen für 20 Euro. Also, 10 oder 15 würde ich vielleicht noch rausgeben. Ich weiß es nicht. Weil ich würde gerne eine volle Collection haben. Aber, mal schauen, ob das was wird. Ähm, ja, genau. Und sonst, äh, ja, haben wir hier über das Bild auch geredet. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Weil ich meine, das ist ein Speedbild-Video. Und, äh, ja. Also, da kann man ja mal sagen, was hier passiert, oder? Aber ich mag es halt einfach in Speedbilds über andere Sachen auszureden. Und nicht nur über das Bild, weil das, ich mag es nicht so on-topic zu sein bei sowas, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, ähm, ich kann nur sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht wollt ihr ja mehr Speedbilds sehen, dann könnt ihr mir das gerne wissen lassen. Und, äh, ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und... Tschüss.